Okay, Leute, ich habe einen neuen Job und zwar bin ich auf Geisterjagd. Ich habe nämlich letztens angefangen, Geister in meinem Zimmer und in meiner Umgebung zu sehen um drei Uhr nachts und deswegen wurden wir eingestellt als Geisterjäger. Alles klar, was ist das für eine Musik, Alter? Wir wurden direkt eingestellt und sind jetzt hier drinnen und es geht darum, Ladies und Gentlemen, ihr müsst mir alle helfen und mit mir gucken. Wir kriegen jetzt schon den ersten... Oh Gott, das ist eine Anmeldung oder was, Alter? Alarm! Alarm! Wir haben jetzt hier verschiedene Kameras und wir müssen quasi alle Räume ganz genau beobachten und jedes Mal, wenn etwas Paranormales passiert, also wenn sich irgendwas bewegt oder etwas Neues da ist oder irgendwas Geisterhaftes passiert ist, müssen wir es reporten und melden. Wenn wir es nicht reporten, werden wir absolut vom größten Jumpscare und von was weiß ich was bestraft und werden uns in die Hose machen und... Okay, aber wir fangen jetzt hier mal an. Wir sehen eine Gitarre, wir sehen Bilder, Bilder, Bett, ein Sofa. Also es geht darum, ihr braucht jetzt ein gutes Gedächtnis und ich brauche euer Gedächtnis. Ja, aber bei mir ist es ein bisschen tricky. Alter, wir haben hier Lampe, ein paar Kartons. Alter, wieso sind hier so viele Kartons? Ist da gerade eine Person eingezogen oder was? Ich glaube, hier liegt auch ein Schrank einfach auf dem Boden, vielleicht zusammengebaut von Ikea oder so. Es sieht mir so ein bisschen so aus, wie wenn hier gerade jemand neu eingezogen wäre. Also, I don't know, I don't know, ich bin mir da nicht so sicher. I don't know, I don't know. Bro, habst du vergessen, Mann? Ich hab noch ein Gewinnspiel für euch. Leute, Google hat mir nämlich ihr neues Handy, das Google Pixel 4a im Wert von 500 oder 600 Euro zugeschickt. Und ich darf das an euch verlosen. Kein Haken, kein krasses Ohr, ihr müsst das und das machen, easy peasy. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, mir auf Instagram zu folgen. Das heißt einfach hier, MarkeTV, hier steht's fett im Bild. Einfach nur Folgen drücken, mehr müsst ihr nicht machen. Ey, am Ende verkauft ihr das halt einfach, ne? Kriegt ihr 500, 600 Euro Cash auf die Hand, könnt euch was anderes holen. Eure neuen Lieblingsschuhe, euren neuen Lieblingshudi, was weiß ich. Aber macht mit, einfach nur auf Insta-Folgen, Gewinner wird ungefähr in sieben Tagen bekannt gegeben in meiner Insta-Story. Also ihr werdet es mitbekommen, werde ich öffentlich posten, Zufallsprinzip irgendeiner von euch da draußen. Okay, wir sind jetzt hier im Klo, wir haben einen Koffer hier, Notkoffer, Toilette, Toilette, Handtuch, Feuermelder, Kisten. Okay, der Raum ist einfach, hier haben wir auch, also wir müssen jetzt, es ist wichtig, dass ihr alle mitdenkt. Wir müssen hier die Geister auf frischer Tat ertappen. Box, 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 Lampe, Stuhl, okay, hat sich hier was verändert? Nein, das Bild ist gleich, die Tür hinten war auch offen, Gitarre liegt am Boden. Hier ist nichts weg, hier ist nichts hinzugekommen. Hier sieht auch alles ziemlich gleich aus, das, Digga, das Bild sieht absolut creepy aus. War das Bild vorhin auch so? War das Bild vorhin auch so? Ich mache jetzt einfach mal ein Report, also wir sind jetzt hier im Living Room und wir machen einfach mal, äh, wo ist denn das, wo ist denn das? Painting, Painting, Anomalie, senden. So, wir gucken jetzt mal, wir können das machen, ich bin mir nicht sicher, ob das, ich glaube, wir können falsche, ähm, falsche Geister, äh, also wenn wir gar keinen Geist gesehen haben, können wir das reporten und wir werden nicht rausgekickt aus dem Game. Oh mein Gott, wir, Bro, es war richtig, oh mein Gott, Junge. Wir haben unseren ersten Geisterwisch, Broder, okay, what the heck, Alter, okay, das Bild ist verflucht. Junge, das war, oh mein Gott, ich habe mich gerade absolut eingekackt für eine kurze Sekunde, ey, kann mir jemand kurz eine frische Unterhose verfolgen? Ich habe es euch gesagt, Mann, Alter, die Geister sind unter uns, wir haben das erste erkannt und müssen jetzt weiter gucken. So, hier sieht auch alles ziemlich gleich aus, wir haben hier einen Stuhl hinten, einen Sofa oder so, wir haben hier Teller draufstehen, eine Pflanze, eine Box, ein Laptop. Also ihr merkt schon, um was es hier geht, ihr merkt schon, um was es hier geht, wir müssen hier ganz detailliert alles angucken und uns merken, Leute. So, hier dieser Raum war sehr, sehr leicht, wir haben den Feuerlöscher, wir haben die Tür, das Handtuch, das Gemälde hier, es ist alles, warte mal, ist hier nicht, war da nicht das Waschbecken und das Klo? War da nicht nur eins davon? Wir machen mal, warte mal, ich bin mir gerade nicht so sicher. Also wir wählen aus Toilette hier und wir machen irgendwie, ich brauche so ein Object Movement, wir machen mal, äh, Object Movement, ja, dass ich irgendwie, irgendwie, was hier einfach bewegt hat. Oder war das Waschbecken vorhin da? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir reporten es, wir reporten es, aber es kann natürlich auch sein, dass, wir sitzen, nee, nee, okay. Nee, es ist nichts gefunden worden, es ist alles gleich. Es ist alles gleich, Leute. Hier der Stuhl, die zwei Kisten, Zigarette, alles gleich. Ah, da hinten ist auch noch was, müssen wir aufpassen, nicht, dass wir das übersehen. So, Bild, Bild, Gitarre, Sofa. Hat sich irgendwas verändert? Ist das Bild anders? Nein, oder? Wir gehen immer mal auf Nummer sicher. Irgendwie sieht es für mich aus, wie wenn das Bild jetzt ein anderes Bild wäre, oder? Wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir machen mal Bedroom und machen mal hier, äh, dass wir, kann man hier irgendwie, Object, Painting Anomalie, wir machen mal Painting Anomalie. Nee, das war das gleiche Bild. Ich laber, ich laber absoluten Müll, ne? Ja, wo sag ich's doch, ey, komm, jetzt beruhigt euch. Ihr habt alle Paranoia wie ein Geist, hör auf jetzt. Wir haben bald drei Uhr nachts, passt auf. 0 Uhr 50, so. Hier? War das hier davor auch schon? Oder war das nicht? Langsam fange ich an zu halluzinieren. Ich hab ein bisschen Angst, ey, ich hab so Angst vor Jumpscares. Es sollen anscheinend hier die dicksten Jumpscares auch sein. Bro, ich hab so unglaubliche Angst davor. Nichts gefunden, sag ich euch doch. Beruhigt euch doch, ich hab euch gesagt, hier sind keine Geister. Bro, what the heck? What the heck? Wir haben den Ton gehört irgendwo. Wir haben den Ton gehört irgendwo. Wir haben den Ton gehört. Was war das? Yo, hier sieht alles ziemlich gleich aus. Oh mein Gott, im Teppich, im Teppich, im Teppich, im Teppich, im Teppich, im Teppich, im Teppich. Was ist das, was ist das, was ist das? Geist, oder? Geist. Äh, Geist, 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 beist im Teppich, Geist im Teppich, Geist im Teppich. Bro, Geist im Teppich, bitte. Hallo? Geist im Teppich, Geist im Teppich. Bruder? Hallo? Bitte? Ich will nicht. Bro, das... bitte sag jetzt nicht, dass er... Ich bin monopulierig. Wie? Okay, dann haben wir das falsch ausgewählt. Das war da vorne noch nicht. Jetzt kommt die Federmeldung da auch noch oben. Shadow, Shadow Anomalie. Hier, Schatten. Ich habe den Schatten nicht gesehen. Ganz unten, jetzt haben wir es. Das müsste es sein. Das müsste es sein. Hier, Shadow. Shadow Anomalie. Das muss, das muss. Wenn es jetzt wieder kommt, es ist nichts, dann gehen wir einfach weiter. Dann haben wir nichts gesehen, mir egal. Dann haben wir nichts. Wir haben es. Wir haben es gefunden. Oh Gott, Schatten. Okay, okay, weiter, weiter, weiter. Wir gucken, hier haben wir nichts. Wir haben nichts. Das ist alles noch ziemlich gleich. Hier, Bild. Sofa, Gitarre. Aschenbecher? Der lag da voll nicht. Der lag da nicht. Der lag da nicht. Der lag da nicht. Hier sind Geister, Bro. Hier sind Geister. Hier sind Geister. Äh, oh mein, Bro. Oh mein Gott, Digga. Hier, Door Opening. Door Opening. Door Opening. Door Opening. Door Opening. Oh, Mama Mia. Wo habe ich mich hier wieder reingelassen? Ich wollte das doch gar nicht machen. Hier, Tür ist gerade aufgegangen. Macht, das müsste stimmen. Und dieser Aschenbecher lag da hinten auch nicht. Der lag auf dem Tisch, oder? Ich weiß nicht. Ich muss irgendwie noch extra objekt oder irgendwas. Hallo. Report dir mal, Bildtisch. Okay. Tür wieder zu. Hier haben wir aber noch was. Hier haben wir noch was. Bedroom. Der Aschenbecher war vorher noch nicht da. Ich weiß nicht, dass ich das halt auswählen muss. Das ist mein nixes Problem, Alter. Bubble, wo bist du, wenn man nicht braucht ein bisschen Sprache lernen? Ein bisschen Bubble, Bubble. Wir gehen weiter, egal. Wir gehen weiter. Wir gucken mal. Hier ist bestimmt was. Wir haben hier Bild. Wir haben Stuhl. Stuhl. Wir haben hier einen Stuhl. Ich weiß nicht, was hier ist, Alter. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas ist. So, wir haben hier unseren Karton, unseren Schrank. Hier hinten Bild. Tasse, Pflanze. Nee, sieht auch alles gleich aus, oder? Hier haben wir auch nichts. Sieht ziemlich gleich aus. Warte, dieser, doch, der Karton, unser Aschenbecher, ist auch alles gleich, oder? Bro, ich sehe nichts. Ich glaube, es ist... Ich habe keine Ahnung. Oder wo ist hier ein Geist? Ich habe keine Ahnung und habe Angst und sehe nichts, was sich verändert hat. Hat sich hier irgendwas verändert? Nein, es ist alles gleich. Dieser Aschenbecher, der triggert mich. Der war safe da vorhin nicht. Wir machen mal einfach hier extra Object safe. Oh nein, jetzt habe ich falsch. Ich habe Bedroom gemacht. Ich wollte nicht... Ich wollte Camero... Oh Mann, ich habe das falsch ausgewählt. Ich habe Bedroom ausgewählt. Das wollte ich nicht. Ich habe Bedroom ausgewählt. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Oh, Mama Mia. Si, Sadamara. Was ist jetzt? Too many anomalies active mission failed. Haben wir verloren? Bro. Bro, haben wir verloren? Haben wir verloren? Hallo? Hallo? Drei von sieben haben wir gefunden. Es ist vorbei. Ladies and gentlemen, wenn ihr öfter sowas sehen wollt und wenn ihr mich öfter auf Geisterjagd sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Und ganz wichtig, nehmt teil am Gewinnspiel. Handy. Gratis für euch zu gewinnen. 500, 600 Euro wert. Neues Google Pixel. Dankeschön auch in Google. Küssig ihn raus. Checkt einfach ab. Einfach mir auf Instagram folgen. Sieben Tage oder so habt ihr Zeit. Dann werde ich den Gewinner ankündigen. Danke fürs Zuschauen. Peace out. Und jetzt schickt das letzte Video ab ihr. Viel Spaß. Tschüss.